Moin seht ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online. Im letzten Part haben wir mit Ioki so einen kleinen Plan ausgehackt. Er möchte ein paar Sklaven aus einer Mine befreien. Natürlich hat unser schönes Wetter und die Helligkeit auch nicht länger als ein Part angehalten. Es regnet mal wieder, ist das nicht schön? Wir schnacken dann jetzt mit dem guten Ioki und gucken mal, wie das Ganze weitergeht. So wie es aussieht, werden wir wohl gleich eine Mine einnehmen. Ist unser Schwanz dicker als seiner? Ich glaube wir haben einen dickeren. Ja, wir haben einen dickeren als er. Ioki, mein Schwanz ist dicker als deiner. Das klingt irgendwie falsch, aber egal. So, hallo. Eure Anwesenheit wärmt mir die Schuppen, Eierfreund. Unsere Gefährten in der Mine wissen, dass wir kommen. Wir haben uns bestmöglich ausgerüstet. Jetzt schlagen wir zu. Bestmöglich, ey, guckt euch das an. Er hat immerhin Klamotten, die nicht komplett im Arsch sind und ein Messer. Okay, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir uns um die Wachen kümmern. Vor allem um die, die in der Nähe des Eingangs herumlungern. Wenn sie Alarm schlagen, kommt die Sklavenmeisterin über uns wie ein hungriger Hackflügel. Rinisi findet. Wir sollten sie nur außer Gefecht setzen. Azri schlägt vor, wir sollten keine Gnade zeigen. Okay. Erzählt mir mehr über Rinsis Plan, sie außer Gefecht zu setzen. Rinsi ist in den Besitz einer Kiste mit Pulverbomben gelangt. Wenn man eine in die Nähe einer Wache wirft, sollte sie das Bewusstsein verlieren. Weniger Wachen zu töten, könnte den Zorn der Magister mildern und die Flucht erleichtern. Aber wer weiß das schon genau. Wir sollen unsere Freunde befreien und auf den Wachhauptmann aufpassen. Und Azri will sie einfach töten? Azri hat viele lange Wochen in der Trockenkiste unter Tel Arun verbracht. Einige seiner engsten Freunde sind hier in Wassamsi gestorben. Er sträubt die Schuppen vor lauter Rachegedanken. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wir sollen die Wachen erschlagen, unsere Freunde befreien und auf den Wachhauptmann aufpassen. Also im Hinblick auf das, was mit Sonne im Schatten gegebenenfalls passiert, würde ich eher die nicht-tödliche Variante vorziehen. Nehmen wir nochmal den Vorschlag. Rinsi ist in den Besitz einer Kiste mit Pulverbomben gelangt. Das klingt eher einfach. Das werde ich mal versuchen. Gut. Ich werde euch folgen und dabei helfen, Sklaven in Richtung des Ausgangs zu lenken. Wenn alles läuft wie geplant, gehen wir alle gemeinsam hier raus. Eine Sache noch. Wir müssen vorsichtig sein, damit uns Sklavenmeisterin Aranim nicht bemerkt. Einer ruchloseren Magierin werdet ihr niemals gegenüberstehen. Okay, ich bin bereit. Betretet die Mine von Wasamsi. Oh, scheiße, Alter. Soll ich im Schatten? Oh, oh. Eoki, so wie wir auseinandergegangen sind, bitte geh nicht. Ich muss. Wir beide teilen unser Herz, doch unsere Seelen zerrücken unterschiedliche Lieder. Das kann nicht halten. Ehe du gehst, musst du sehen, wie deine Telvanni unseresgleichen behandeln. Schau dir an, wie sie leben, wie sie sterben. Na schön, das tue ich noch für dich. Doch dann muss ich los. Eoki, seid vorsichtig. Wir halten die Augen nach Bewegungen aus Tel Arun offen. Oh je. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Nachher sind alle tot, glaube ich. Ach du Scheiße. Gut, aber dann ist ja gut, dass wir nicht den Lethal Wake nehmen, sondern den Raben sozusagen. Die Mine von Wasamsi. Die Geißel der Sklaverei stellt die entscheidende Sünde unseres Volkes dar. Wir haben unsere Häuser auf dem Rücken eines stolzen und geheimnisvollen Volkes errichtet, dessen Leben wir in hemmungsloser Unbekümmertheit zerstörten. Die letzten Worte von Nilvin Omaren. So, kümmert euch um die Wachen von Wasinsi. Okay, oh, warte. Wie genau läuft denn das jetzt? Wo ist diese Bombe, die ich jetzt werfen kann? Beutel mit kandierten Gore-Äpfeln. Beutel mit Nägeln. Muss ja eigentlich ein Quest-Gegenstand sein, oder nicht? Ah, wir werden das schon rausfinden, wie das jetzt geht. Ach, das ist die 5. Ich werfe einfach mal die 5 dahin. Ich denke, die 5 wird das sein. Dieser Beutel. Oh, scheiße, das war's nicht. Ups. Okay, irgendwie hab ich scheiße gebaut. Ich kann auch meine ganzen Attacken nicht benutzen. Irgendwas ist merkwürdig. Scheiße, Mann. Okay, das ist irgendwie komplett schiefgegangen, Mann. Scheiße. Ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Weg schreien zurück und versuchen es nochmal. Oder hier. Ich hab ja noch einen gefüllten. Was war das? Okay. Ich würde auch eigentlich diese Bomben werfen. Wie geht denn das jetzt? Das ist mein Plan, aber wie? Wo sind diese Bomben, die ich werfen kann? Also, das gerade eben war definitiv keine Bombe. Was war denn das, was ich da ausgewählt habe? Ich dachte, das wäre stumpf die Bombe. Aber das ist, glaube ich, das, um Leute in diesen Stein einzusperren. Wo ist denn jetzt dieses Item? Irgendwo hat jemand Rauchbomben gefunden. Und die will ich jetzt benutzen. Umhauepulver da. Ein kleines Päckchen aus fein gemahlenem Pulver, das nach dem Werfen beim Aufprall explodiert. Das möchte ich jetzt gerne benutzen. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Wir gehen jetzt einfach mal näher ran und gucken, was passiert. Ah, ich hätte einfach nur näher rangehen müssen. Alles klar. Schnell. Lass diesen frei. Lasst Vorsicht walten, Ei-Freund. Der Hauptmann der Wache lauert in der Nähe. Yuki, was machst du? Sind das Leichen? Nein. Es sind keine Leichen. Wir sind brav. So, okay. Da oben ist noch jemand. Eben auch noch befreien. Besiegt den Hauptmann der Wache. Oh, oh. Komm, sieh dir an, wie deine Telvanni-Meister ihre Sklaven behandeln. Was? Ei, Yuki, das ist Wahnsinn. Deinetwegen wird man mich umbringen. Ja? Oh je, ich habe ein bisschen Angst. Auf geht's. Zum Glück haben wir dieses Pulver. Damit können wir gut arbeiten. So, Moment. Okay, hier geht es jetzt nicht mehr ohne Kämpfen. Ich will gehen. Oh Gott, die Arme. Ah, du kannst halt nicht ewig von der Wahrheit davonlaufen. Das ist halt nun mal so. Und das ist halt nun mal, wie hier mit deinen Artgenossen umgegangen wird. Oh. Das war's jetzt. Entkommt aus der Mine. Warte, ich muss mal gucken, was hier so los ist. Okay. Kann ich noch Zeugs mitnehmen, wenn ich schon mal dabei bin? Das ist ja irgendwie alles nicht so ganz gut gelaufen. Wir haben immerhin eigentlich bis auf den Wachmann, den wir jetzt plötzlich doch umbringen mussten. Da war eine nicht tödliche Möglichkeit gar nicht drin. Es ist ja an sich ganz gut gelaufen. So, was ist hier los? Ja, ich glaube, Sonne im Schatten hat so komplett ihren Ursprung verloren. Das geht ja komplett nach hinten los. Hälfte, sondern im Schatten, Sklaven, weiß dann einer zu besiegen. Scheiße, Mann. Okay, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Oh, ich wollte eigentlich ausweichen. Hat nicht so gut geklappt. Oh, sie hat ihren Bären gerufen. Ich versuche mal auf den Bär zu kacken, um weiter sie anzugreifen. Weil der Bär verschwindet, wenn sie tot ist. Und sie hat, sie ist fast tot. Oh oh. There we go. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das noch irgendwie normalisiert. Das ist ja so richtig wegeskaliert, Mann. Okay. Ihr könnt ihn selbst fragen, wenn ihr ihn losbindet. Das werde ich. Natürlich werde ich das. Ich brauche nur einen Augenblick zum Nachdenken. Ich könnte ihn gehen lassen. Vielleicht sollte ich das. Aber warum? Er bringt mir Freude und Trost, oder? Also, wenn er mich nicht gerade entführt. Warum sollte ich das aufgeben, wenn ich es nicht aufgeben muss? Okay. Ich bezweifle, dass er glücklich darüber sein wird. Meint ihr, er wird euch vergeben, wenn ihr ihn als Sklaven haltet? Alter, jetzt dreht sie komplett durch. Vielleicht. Aber wenn ich ihn gehen lasse, werde ich ihn nie wiedersehen. Die eine Person, die sich aufrichtig um mich sorgt, wäre fort. Keine dämlichen Histgedichte mehr. Keine Wildblumensträuße mehr. Nichts. Er wird mir vergeben. Es wird einfach Zeit brauchen, oder? Bitte helft mir, mich zu entscheiden. Wenn ihr ihn so sehr liebt, dann solltet ihr ihn festhalten und niemals loslassen. Ja, das ist genau die richtige Idee. Er will nach Hause gehen. Wenn ihr ihn liebt, dann solltet ihr ihn freilassen. Alter Schwede, die ist ja komplett fertig. Also, ihr seht, von der einzigen Sonne im Schatten, die Eoki mal wirklich geliebt hat, ist nichts mehr übergeblieben. Wenn man schon auf die Idee kommt, ich liebe ihn so sehr, ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich werde ihn als mein kleines Haustier behalten. Er wird mir irgendwann vergeben. Holy shit, da bist du ja komplett verdreht, Alter. Ja, hier, komm. Eoki, du kannst gehen, wenn du willst. Ich halte dich nicht auf. Das Haus wird dich verraten, Sonne im Schatten. An jenem Tag hoffe ich, dass du daran denkst, was wir hätten haben können. Wir können uns draußen unterhalten. Ja. Ja, okay. Machen wir. Ich gucke mich eben nochmal kurz um. Sieht schön aus hier drin. Hei, 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 hei. So, dann haben wir mal raus hier. Wer hätte diese Tür gemacht? Na egal. Wardenfell. Zum Angeln benötigt dir einen angemessenen Köder. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Medel. Hättest du mal diese Hinweise gelesen, hättest du das auch gewusst, ne? Deswegen hast du deinen Fisch nie gekriegt. Du hast den falschen Köder verwendet. Du musst einen angemessenen Köder verwenden. Nicht immer den Schrott. Möge deine Seele zum Hist zurückkehren. Wir können später trauern, Yoki. Wir müssen gehen. Geh. Ich komme gleich nach. Okay. Kommt noch was zwischen euch beiden oder wie läuft die Kiste jetzt? Ich spreche jetzt erstmal mit Sonne im Schatten. Es fühlt sich an, als würde mir das Herz brechen. Wie konnte ich zulassen, dass er mich verlässt? Ich glaube, ihr habt das Richtige getan, Sonne im Schatten. Ich schätze schon, aber es bereitet mir keine Freude. Kein Wunder, dass die anderen Angehörigen meines Hauses so oft das Falsche tun. Danke für alles, was ihr getan habt, Sera. Ich werde eure Treue und eure Freundschaft niemals vergessen. Ihr hattet für den Abschluss der Terwani-Quest-Reihe in Wadenfeld. Was ist das? Findet die folgende Aktion. Reedy. Okay, da hat jemand wieder mal Scheiße gebaut. Okay, Quest abschließen. Ich sollte meine Lügen besser sortieren. Ich sehe eine lange und erschöpftende Audienz mit dem Rad vor mir. Und was geschieht jetzt? Ich versuche, die Teile meines gebrochenen Herzens aufzulesen und meine Studien fortzusetzen. Es war die reinste Qual, Iyuki gehen zu lassen, aber ihr hattet recht. So ist es besser für uns beide. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, seine Zuneigung zu gewinnen und ihm meine Treue zu beweisen. Jetzt kann ich mich richtig konzentrieren. Okay, worauf denn konzentrieren? Auf das Spiel. Auf meine Rolle im Haus. Auf meine arkanen Erkundungen. Auf meine Zukunft als Magistra. Auf all das. Sobald ich mein volles Potenzial erreicht habe, wende ich mich womöglich wieder an Iyuki. Um die Welt zu sehen, wisst ihr? Bis dahin lebe ich das Leben einer Terwani. Wie geht es weiter, Sonne im Schatten? Ich sollte meine Lügen besser sortieren. Ich sehe eine lange und erschöpftende Audienz mit dem Rad vor mir. Lebt wohl. Okay. 5000 Erfahrungspunkte. Sind wir jetzt ein Level gestiegen? Nee, immer noch nicht. Wow, Wahnsinn, was ist das? Die Sammlung der Wissentlichkeiten wurde um den Telwani-Magistar erweitert. Das ist ja schön. So, wo ist Iyuki hin? Ich hätte gerne nochmal mit Iyuki geredet, aber Iyuki ist weg. Keine Iyuki mehr. Okay. Das war leider nicht mit einem Happy End versehen. Aber war auch nicht zu erwarten irgendwie, oder? So, was haben wir denn noch alles offen? Wir haben auf jeden Fall diese komischen Steinquoise, da wollte ich jetzt nicht so Bock drauf. Journal. Wardenfell. Göttliche Suche. Untersucht Alt-Adrun. Wiedrigkeiten der Ahnen. Geht zum Wehlord Ahnengrab und jeden Preis. Das ist alles. Dann machen wir jetzt erstmal Untersucht Alt-Ruhm. Wir müssen mal ein bisschen der Hauptgeschichte wieder folgen. Achso, das wäre die hier, ne? Da sind wir ja auch ein bisschen weit hinterher. Auridon. Die Unterschrockenen. Oh, so viele Quests. So viele Quests. Wardenfell. Göttliche Suche. Untersucht Alt-Ruhm. Das machen wir jetzt als nächstes. Wo ist das? Wo müssen wir hin? Da hin. Mal wieder ganz woanders hin. Wir gehen mal wieder zurück nach Balmora. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Bevor wir nach Balmora gehen, aber erst kurz mal nach Vivek. Aber ich glaube da... Wie weit sind wir von einem Teleporter-Dings weg? Oh, doch ein ganzes Stück. Aber ich will nicht so viel Geld ausgeben. Lass mal eben zum Teleporter latschen. Da oben ist einer. Oh, der ist näher hier, glaube ich. Lasst uns mal eben schnell noch zum Teleporter latschen. Dann ist es billiger. Aktuelle Position des Heels setzen. Ups. Doch sporen wir ein bisschen Geld. Ja, doch sporen wir ein bisschen Geld. Dann gehen wir eben schnell unser Diebesgut verkaufen und Inventar aufräumen. Und dann machen wir weiter und untersuchen mal Alt-Ruhm. Das wird wahrscheinlich die nächste große Questline starten. Und dann weiß ich gar nicht, was noch alles kommt. So viel scheint da nicht mehr zu sein. Da gibt es bestimmt noch so ein Abschluss-Event-Dinges. Und dann sind wir langsam, glaube ich, auch mal durch. Aber das Schöne ist ja, ich habe ja jetzt Sonnen... Sonnengedönse oder wie auch immer das hieß. Sonnenfell, Sonnensommertanz. Das habe ich auch noch organisiert. Und wir haben noch diese Heimat der... Die Heimat der Argonia. Irgendwie da gab es auch noch so eine kleine Mini-Quest. Die sollten wir auch noch machen. Also es geht auf jeden Fall weiter. Es gibt auch genug zu tun. Aber vielleicht irre ich mich auch. Und das geht hier doch noch voll lange. Wer weiß. You never know. So. Kalter Kaffee. Köstlich. Das stärkt mich auf das, was uns jetzt vor uns nicht an Abenteuern. Aber ganz ehrlich, wenn man überlegt, das war ja so ein beiläufiger Quest, den man so nebenbei gefunden hatte irgendwie. Und das hat sich ja jetzt richtig geil weitergeschmitten und war... Also ich fand die Story ziemlich cool. Man hat auch mitgefiebert. Wie geht es jetzt aus? Wie geht es weiter? Wie endet das? Das war schon cool. Ach so, ne, warte. Ich muss den Wegschirm benutzen. So läuft das. Sonst kostet das Geld, ne? Sonst kostet das... Guck mal die ganze Welt an, wie groß der Scheiß ist. Und wir sind ja nur hier. Und ich finde das schon... Oh, Wahnsinn, ey. Und ein bisschen was zu tun noch, ne? Ein bisschen was zu tun. So. Da bitte einmal hin. Nach Vivek, wenn das geht. Wenn das okay ist. Wenn das genehm ist, ne? Wenn das genehm ist, geht bitte einmal nach Vivek. Dankeschön. So. Dann verkaufen wir eben schnell mal Schrott. Bestpreis-Garantie. Ja, geil. Beste Ware zu fairen Preisen. So, doch mal nix wie Rinder. Johann, lass uns hier eben noch in den Unterschlupf gehen. So viel Zeit muss ja wohl noch sein. Gibt's denn der hier, ne? Fängt der an hier rum zu biefen. Ach, jenchen. Wie lange begleitest du mich schon? So lange. So lange. So ihr Lieben, ihr habt den Kran... Den Kran, ey. Ihr habt den Kran kriegen gehört, wisst ihr Bescheid. Wenn euch das Ganze... Wir machen jetzt erstmal einen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch mal eine Däumelin da. Kommentare und Feedback natürlich will man gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.